Und da sind wir wieder, in der Farm Session von Terradia. Oh yeah. Wenn Herzen gesucht, Herzen, Herzen, Herzen. Farm it in, farm it out. Es wird gegrindet. Warum? Weil wir sie brauchen. Nach den zwei Folgen bedanken wir euch, dass wir die letztlichen Wurden verloren haben. Ja. Ist doch voll viel passiert, da haben wir ja gar nicht so viel gegrindet. Na. Wir sind total oft gestorben. Ja. Extraplan Terra hat zwar mal beschworen oder so. Wir haben sehr viele Bosse gekillt, die aber nicht sichtbar waren, weil das Spiel bei mir jedes Mal gestürzt ist. Da ist ein Seeteufel unten. Wo? Dicke. Komm zu dir. Dicke. Ich hab halt einfach im Dunkel, ich seh gar nichts, ne? Ja. Aber bei dir ist Wasser, ne? Geil. Alter, der ist hier voll groß angezeigt. Der ist überhaupt nicht groß. Kannst du so lange unter Wasser sein? Ja. Ich hab doch immer Schiss. Ja. Man zieht man ja die Anzeige. Ne, der ist jetzt tot. Hallo. Hallo. Oh nein, du blutest mich. Ich wusste es. Oh, hier unten ist ein Altar. Geil weg mal. Naja, brauche ich nicht. Lieber nicht. Da gibt es nur Erze, die wir nicht brauchen. Ja. Ein komisches Geräusch. Das ist ja von euch in meiner Nähe. Aber das läuft voll. Oh, hier ist 200 Meter über mir nur. Oh, 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 oh. Ich muss nach links buddeln, hier ist so viel Wasser. Oh, ich muss auch hochbuddeln. Ich seh nichts mehr. Hier ist ein Loch gemacht. Ein Lochlein. Ein Lochlein. So nach rechts, ja? Oh. Naja, da ist ein Herz. Aber, boah, ich muss immer dann sind Wasser hier abgefließen lassen. Oh, ich seh ne voll ne Kiste. Kann sein bei, dass ich gleich sterbe. Oh, ist ne Mimik. Hahaha. Oh, kriegst du ihn? Jaja, alles gut. Peace. Als wenn der keine Mimik hinkriegt, ey. Famous last words. Alles gut. Hä? Ja. Alles. Jorio ist auch nicht schlecht. Man muss schön in die Ecke. Die Gegner wegmachen kann. Standardraaaaaa. Oh nein. Wie viele hast du im Fleck? Jetzt bist du dran, Sacher. kristall dinger muss auch mitnehmen oder christel schad kristall ja das ist der machi schnell weg hier den kriegen wir lusterschaft den holen wir uns den geben wir aus dem sack fängt nach nem plan den kriegen wir den kill das ist einfach so kacke dunkel über die gegner uns sehen sehen sie durch rasierende ich hätte gern leib gegen leib solche trank nehmen ja erst mal nehme ich eine lebensfrucht ja das immer lecker ich habe alles weggepuddelt darunter sprengstoff der klassiker ja ich habe es weggepuddelt ja ich habe ich habe sogar runterfallen sonst wäre es ja nicht weggepuddelt aber da ist halt nicht nur ein ding es war nichts mehr drunter ich habe alles weggepuddelt ich dachte dann kann ich es einfach aufmachen sag mir nicht er mir keinen dings mehr übergelassen wir hatten gar keine alter ich hatte einen weil ich einen gefunden habe ich habe mich noch nie benutzt wir hatten mal 20 stück schon nehme ich nicht mehr ja aber wenn man stirbt passiert man ja paar sachen man muss ständig irgendwo hin rennen ähm nein jetzt muss ich da hin rennen wir sind hier bei dir ja die geben acht auf deine sachen ja davon brauche ich eigentlich aber das hier die goldene kiste ne warte mal ah ich glaube in der Nähe wo machi gestorben ist gerade ja ja und dass ich nicht den kram aufhebe ich muss auch gleich zurück ich habe einen trank genommen aber ich sehe keins äh kein kein ding mein gott ist doch gut jetzt ich muss mal einen heiltrank nehmen ich kann ja gar nicht mehr rufen hier Alter der ist ein riesenwurm ja der verträglich nach mann diese scheiße mäuse leider ist sie gar nicht wir auch nur kristalle mein gott wo kriege ich denn damage checks wir können ja warte mal machen sollen wir dir noch einfach nach oben aber nein du kannst ja nicht runterfallen sammeln einfach nichts auf und warte kurz bis ich da bin hast du mitgenommen kannst du kämpfen oder naja ich habe meine rüstung anzogen oder vergenommen das ist echt nicht ohne aber ich will die herzen finden das hat hier findet rechts stelle diese kann man nicht rüber die sind nur im jungle normal lebenskristall habe ich gefunden geil mitnehmen nein spaß jetzt nicht mitnehmen ich weiß dies damit kann man lebenskristall machen oder so jaja ich hab's mitgenommen also im weg ich habe keine ahnung ob man dabei was machen kann ich dachte irgendwer hätte das mal gesagt ne ich glaube auch mal kein tränk daraus machen oder gegenstellen irgendwas ich hätte Fackel mitnehmen sollen ich muss viel weiter nach links ich habe die karte nicht aufgedeckt wie ihr gebuddelt habt das hat sich selber gerade gar nicht du bist ziemlich weit gelaufen ja du wirst schon vorher runtergehen können ja ich habe aber auch keine spitzwerke oder sonst heute bei der reine nicht jetzt musst du nach rechts dann geht es so runter und dann kannst du weiter nach links auch läuft das ist kack aber ich habe gar kein licht dabei das ist halt super dumm hier ist gar kein licht dann wart du da kurz und ich guck dass ich mich da rüber gebohrt krieg das ist ja so die höhe eigentlich aber ich habe das Ding weil der boahs nach Kasse ein Arschbohrder hier einfach mal überlebe ich will einfach mal überleben Das war's. Ich hätte doch gerade noch mehr gewonnen, was ist das denn? Ich hätte doch gerade noch mehr gewonnen. Auf jeden Fall haupt die Küste. Da bist du. Oh man! Oh man! Diese Dschungelkriecher, doch was für ein Damage die machen, ey! Die Creepy Crawler. Oh yo, stimmt. Ich habe auch gerade einen erwischt. Was will ich hier? Wegglaser. Ungeziefer. Wie ist das? So Marie, wenn du jetzt hier runter gehst, hier rechts. Warte. Oh, lol! Feine Güte! Wie weit geht es da runter? Nur als Wasser. Kein Problem. Ja. Zurück in die Bs. Na, hier runter am besten, glaube ich. Da kommst du her, ey. Alter, wie geil ist das denn? Jetzt da mal rüber. Hast du erahnt, ne? Nee. Die Sache hat ein Haken. Ein Hähnchen. Ein Hähnchen. Hexchen. 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 Das war auch nicht der reguläre Weg. Aber hier geht's auch. Hexchen. 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 Kann ich da einfach runter droppen oder ist das scheiße? Puh, gut, dass du nach links gegangen bist. Ja, ich merk's auch grad. Alter, Mann! Hä? Warum stoßen die ein? Boah, ich... Warte. Äh, hier. Oder auch nicht. Achso, rechts. Danke sehr. Oh, gut klarkommen, wo wir sind. Äh, doch, ist ja richtig. Ist ja nur noch... Ist ja nur noch... Boah. Yo! Mein Gott, warum machen die so'n Damage, diese Drecksviecher? Eigentlich schneide ich das noch. Vielleicht, guck, ob... Meine Güte! Jetzt kommt diese Kackfledermaus. Es gibt viele Regen einfach. Boah, hier ist tief. Hier ist es besser... Ich seh auch nix. Ich glaub, da kommt die. Oh! Ich seh auch nix. Ich fände mich nirgendwo hinahmen. Ganz kurz. Oh, nirgendwo inhecken. Das war ne Falle, ne? Ja, warte mal kurz. Na, wir bauen uns rechts runter. Ich hab noch mal einen Tank genommen. So, komm, wir gehen jetzt runter. Oh, nirgendwo. Oh, nirgendwo. Oh, nirgendwo. Alter, wie viel Kerze. Meine Fresse. Schlüssel. Boah, so. So, hier sind deine Klammer online. Warte mal. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich glaub hier noch. Ja, und dann... ja. Einer drunter jetzt quasi. Hä, wo? So, warte kurz. So, hier, rechts. Oh, blau. Der fett der Wurm wieder. Na ja, da unten liegen die. Aber da sind auch ein paar Gegner. Ja, warte. Ich weiß, wo häng ich denn hier. Kommt noch einer. Kommt noch einer gerade. Musst du mich mal kurz beschützen. Ich hatte nicht für alles Platz. Komm mal auf. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Und das du, der ballerst du den Filatzer da, alter? Äh, vier, fünf Stück. Möchtest du jetzt nicht voll sein? Äh, zwei, drei, vier, sechs, acht, zehn. And so the Painter. Machimum, wurde gequält. Von Sprengstoff. Gequält. Das ist der Grabstein, aber hier links ist. Gequält ist auch Unterfreibung, oder? Hm, irgendwas fehlt. Ja, bleib ich hier. Sind die eingesammelt doch dann? Ne, ne, warte, warte, warte. Ich glaub, da waren die Füße. Äh, die Fackeln. Die Fackeln fehlen, wie immer. Die sind, glaub ich, Fake einfach. Fuck, okay. Wie lange gefackelt. Hat die ausgefackelt. Nein. Och, fuck, ich hab mir auch so sehr in den Häuschen teleportiert. Nein, nein, nein. Guck mal, warum hatte ich einen Spiegel in der Auswahl? Kacke, ey. LS scharf, ist das dieser Jojo? Ah, da sind die Fackeln. Endlich. Aber diese spinnenartigen Viecher, die da rumcrawlen, die haben dann echt richtig Hard-Dimage. Ja. Ja. Boah, blöd, blöd. Ohne Vogenschützer. Ich will das, ich muss euch sehen. Das funktioniert hier dieses Jealous oder Tenet. Ne, was soll das sein? Jealous. Das hab ich auch grad gefunden. Jealous, das ist ähm. Das ist ein Jojo, oder? Das ist ein Jojo, oder? Ja, aber hast du denn auch den Jealous Scharf 72 Mark am Schlaf? Ja, das ist ein Dechtzloch. Jürgen. Das ist ein Jojo. Und hier die die Fresse. Na ja. Jürgen. Jürgen. Okay, ey. Also wir so einen... Den Hüllenforscher-Trank hab ich sonst glaube ich noch verloren. Ja, wir so einen geilen Dreizack. Den ich dann gebe schneller schwimmen und dann bitte weg. Danke dir, Andy. haben wir noch tränke aber wenn ich unten drunter alles weggegraben habe und dann kann ich die doch aufmachen oder nicht aber ich habe auch gedacht wenn ich alles weg wurde dann bin ich safe und dann bin ich auch ja ich habe spiegel gefunden ich meine hier ist sprengstoff rundherum aber wenn ich den alles einsammeln weggrabe und keinen sprengstoff mehr sehe was soll irgendwo war da aber ein schon oder was er gerade habe ich nicht weg aufgesammelt glaube ich weil mein inventar voll war das war glaube ich das problem ich würde gerade sagen scheiß drauf noch mal rein da und gut ich habe einen höhenforscher gefunden die kaiserin des lichts ein anderer boss sie sieht auch überhaupt nicht stark aus der kaiser der kaiser ist die zweiter alter ok ja das zurückfalten zurückfalten sofort alter was ist denn da eine boah der kaiser ist die zweiten alter oh lol ok Bitte nicht links sterben, ja? Danke, das sind meine Klammern. Links unten am Haus. Ey, die ist ja ein bisschen übertrieben. Ich weiß auch gar nicht, wie die... Also ich hab irgendwas gekillt, ja, aber... Aber wenn ich jetzt zurückkomme, dann weiß ich nicht, wo ich bin, ob ich links oder rechts am Haus bin. Soll ich zurück oder nicht? Ja, ich bin ja... Geiles, ich spawn und die ist halt wieder... Mega. Ich will jetzt einfach hier wieder sterben, aber was soll ich hier machen? Aua! Oh nein, Alter. Soll ich mich zurücktelefonieren? Ich weiß nicht. Wollte nicht. Oder wollen wir warten? Bleib einfach weg, Scheiße. Ich glaube, das wird nichts machen. Die macht schon krass Damage. Alter, die bewegt sich aber auch übertrieben schnell und alles. Was ist das denn, ey? Also ich falle gerade nur und die kriegt mich fast. Wie wieder ein UFO oder was? Ist hier einfach random gespawnt oder gibt's da einen Triggerfilm? Naja, da war irgendwie... Ja, da ist ein... ...Regenbogen... Wie ist das? Ich bin ja einfach in die Hölle. Äh... So ein... So ein Leuchtkäfer oder so. Und wenn du den... Also ich hab ein bisschen Zeit jetzt. Ich geh ganz nach unten und die ist hinter mir her. Ja, ich bin am einsammeln. So, machen wir. Weiter fighten? Weiß ich nicht. Ey, ich muss... Der macht einfach irgendwie gar keinen Sinn. So, ich bin wieder da. Die war ganz unten in der Hölle. Da ist. Aber... Oh, ja, die ist direkt wieder da. Ach, shit. Ich bin nicht ausgestattet. Exklusion, Alter. Alles klar, die Fahrsteine komplett. Ich bin dort. Ich bin dort. Ey, demnächstens schon ein bisschen Damage gemacht, oder? Ja, aber... Zehn Prozent. Nicht... Nicht nennenswert. Aber ich seh den Lebensweiten halt nicht von ihr. Oh, ich will nicht das verlieren, was ich hab. Mann. Der doof ist, ich glaub wir müssen einmal Zeit gleich sterben. Ich geh wieder in die Hölle mit dir. Ich falle einfach. Da kriegt sie durch mich. Was, wenn ich eigentlich auslogge? Na, das ist bei mir. Jetzt hab ich mit ihr runter. Na, das ist bei mir. Jetzt kommts hier runter. Oder... Was ist, wenn ich einfach auslogge? Weiß ich nicht. Was passiert dann? Ich würd's nicht versuchen. Okay. Du musst einfach warten, bis entweder... Ich weiß nicht, ob das... Ob die bei Tag weggeht, oder so. Ja. Also, ich bin im Weltall. Na, ich... Ich hab's ja gar nicht mehr gesehen. Ja, besser als soweit weg wie geht. Aber... Aber gleich, wenn ich unten bin, muss ich wieder hochkommen, dann... Oh, fick dich, du... Kräckige. Oh, mann. Geh mir nicht auf den Sack. Ich sterb schon wieder. Wie kann die so schnell wieder da sein? Das ist echt beschiss. Ich sport mich auf deinem Arsch, ey. Okay, ich geh wieder mit dir runter. Hat keinen Sinn. Ich glaub, du musst ja verstärmen. Ich mach hier immer ein bisschen Damage. Paar 100. Aber ich kann mich nicht ausstatten, so schnell, bis die... Okay. Ja, 20 Sekunden hast du ungefähr. Naja. Bis... Dann bin ich bei meinen Sachen angekommen, ja. Ich guck, dass die mir mal folgt. Ich kann nicht hier Damage machen. Dieser Strahl, ey. Beim Runterfallen. Kann auch sein, dass ich gleich sterbe beim Runterfallen, weil die... trifft mich trotzdem teilweise. Oh, äh. Wir kriegen auf jeden Fall schon Friedhof, hier. Kamuna. Ja. Ja, komm. Oh, mann. Warte hier auf sie. Das ist die Taktik. Wenn's am Ende klappt. Wegzergen. 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 Einen nach dem anderen. Einen Lebenspunkt nach dem anderen wegzergen. Nein! Der hat mich... Ja, Alter. Aber können sie mich zurück teleportieren? Nee, ganz unten hat sie mich erwischt. Abboarden. Blöde Viecher. Aber die scheint weg zu sein. Oh, die ist weg. Das heißt, ich muss einmal runter in die Hölle. Aber da ist ja alles safe, soweit. Äh, du musst nur gegen Fallschaden den Trank nehmen, glaub ich. Na, oder du lässt es nicht fallen. Ja, das funktioniert leider nicht auf der Strecke. Wieso? Äh, weil da zwischendurch... Du hast die Seilewickel... ...schallert. Nee, 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 aber ich glaub... Sonst sind es eigentlich durch den Seil. Ja. Ja, ich glaub ich nicht. Ja, sollte bis unten Seile sein, ne? Oh, fuck, gerne. Fall hier. Ja, doch, sogar nicht. Ein bisschen noch ein Grabstein, Alter. Einige Grabsteine sind. No. Allein acht von mir, oder so. Ja, jetzt ist es besser. Die war echt übertrieben, die Gute. Jo. Hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Nee. Oh, leider irgendwie nicht absehbar. Ja. Ist halt das Problem, wenn man nicht weiß. Vor allem so unscheinbar, ne? Ja. Ich weiß jetzt noch nicht mal, was ich da gekühlt hab. Ich wüsste nicht, wie das aussieht. Kann also jederzeit wieder passieren, sagst du? Ein leuchtender Käfer, auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil dir ja nicht so viel leuchtet, ab und zu. Ja, aber... So, auf jeden Fall ein leuchtender Käfer. Das tut's okay. Nur ein kleiner Käfer? Hm, ja. Äh, das wird doch ein Spaß, irgendwie, das wegzutanken. Also, was halt wegzutanken, aber so das daran wenigstens ein bisschen was aushält. Ja, das befürchte ich auch. Ich glaub wir haben uns ein kleines Eigentor geschossen mit, äh... Medium Core. Zu früh. Ja, dat auch. So, du meinst, dass du halt Spawns und alles direkt im Inventar hast, oder was? Ja, dass du halt wenigstens dein Stuff quasi fest hast. Mhm. Und du verlierst quasi, wenn du stirbst, nur Geld. Im Softcore. Ja, dat wär natürlich deutlich angenehmer, ne? Ja. Aber auch ein bisschen, äh, einfach, ne? Ja, aber für Leute, die das allererste Mal spielen. Ja, aber irgendwie muss man das ja hinbekommen, dass man hier auch flünftig ein bisschen Rüstung reinkriegt. Ja, aber da muss man sich ja auch mit dem Spiel beschäftigen. Immer noch krass finde, dass wir die krassesten Rüstungen haben und trotzdem so hart auf die Fresse kriegen. Ey, jetzt leckst du den Arsch. Da war nichts mehr. Ich hab 20 Blöcke rundherum abgebaut. Das kann doch nicht sein. Wir sind richtige Pros. Ja. Pro-Content. Ey, das kann wirklich nicht sein. Ich hab alles rundherum abgebaut. Guck mal, Andi, zeig dir mal. Hat einer Bock kurz mitzukommen? Alja. Basilisk, geil, oder? Alter, der fliegt dir? Den hab ich auch. Du meinst, den hattest du auch. Ja, das ist meiner auch. So, wo müssen wir denn hin? Ja, warte. Ich geh direkt vor. Ich komm direkt vor, aber ich will kurz. Noch keine Double Jump machen? Wobei, dann sieht man ja. Da ist der. Ganz schön ähnlicher Spot wie vorhin. Links. Links unter dem Tempel. Die ganze Zeit Zeug. Wo sind denn hier noch Fackeln? Das war grad das Problem. Gibt's in irgendeiner Dings hier Fackeln? Ja, wo macht der? Ja, der Basilisk? Ja, der hat voll durchgedasht. Der ist richtig am daschen, ja. Ja. Nicht vergessen, unsere beste Waffe hier. Ja, stimmt. Hab ich schon gar nicht mehr benutzt. Das Ding bringt's voll, muss ich sagen. Gut, dass wir die auch immer zurücklegen, weil ich bin nicht verloren. Welches Ding? Äh, dieser eine Zauberspruch, dass wir diesen Dagger irgendwie bei uns haben. Achso, der Ding, ja. Okay, du gehst ihn schon. Okay. Okay. Du bist da unterwegs, Bruder oder Max? Ja. Ich baum mich schon mal hin. Ach, ich hab natürlich nix. Jetzt kommt man hier nicht hoch. Ich kotze. Ist schon voll. Warte, ich komm. Boah. Ich baum mich. Ich baum mich. Ich baum mich. Ich baum mich. Im Quadrat. Kannst du dich der Hypotator? Die Sachen arrangieren. Ne, ich hab. Ja, stimmt. Was ist hier los? Warum kann ich das nicht abbauen? Das ist doch nur Gras. Baut ab, du. Roden. Ich sag nicht Roden. Ich bin immer noch der feste Überzeugung, dass das nicht hätte explodieren dürfen. Das ist was? Dass das nicht hätte explodieren dürfen, weil ich alles rundum abgebaut hab. Und dann nix mehr mehr. Müssen wir mal James nehmen. Wie heißt der andere Typ? Der Demolitionist. Die. Die rein am besten. Demolitionist. Dolbeer. Der Demolitionist. Ne, warte mal kurz. Bleib stehen. Wo müssen wir hin? Ganz nach rechts da, ne? Warte. Ach, scheiße. Komm auch zu euch. Ne, oder nicht. Ich versprenze. Setz das mal einmal ein. Versprenze kommt, haltet durch. Schmeißt es rüber. Material. War hier nicht gerade drin. Ich versprenze. 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 Was ist das? Farbstoff. Kranzen. Ja, krasses Sachen. Oh, was ist da hier? Wie im die Toxic? Hier könnte tief sein. Schau. Sonnengegner. Ja, warte mal. Wie komm ich denn da? Müsst du noch runter? Wo geht's denn überhaupt runter? Da oben ist ne Dings. Ich unter mich schon, dass ich nicht rüber kann. Da ist der Bude. Warte mal, muss ich denn da? Den mach ich nicht. Ah, ok. Dann können wir drüber. hier rein. So, tief. Wobei es geht. Ah, Andi weiß warum ich es abgegangen bin mit dem mit der Gravity. Ich hab den Trank genommen. Dieser Featherfall. Ja. Wegen äh. Ich hab den ja so krass. Geht das anscheinend mit dem Viech auch. Ich hab den ja so krass. Ich hab den ja so krass. Ja. Und dann hab die Krass. Das war doch mit Holz ne. Jo. Holz und Stein glaub ich. Hier drin. Hier drin. Nimm einen Glibber! Oh, ich kann tief werden, oder? Ach stimmt, der Grill, ja. Ist das eigentlich hier oder? Wo haben wir den Glibber? Komm! Los, glibber mir einen! Moin! Warte. Da drüben sind meine Sachen doch schon, oder? Ja, geht über. Ah, okay. Der Buda hat mir erst mal weggesperrt. Ah, ich hab nix mehr. Echt? Warte. Ey, haben wir keinen Glibber? Kann doch nicht sein. Müsst's mehr haben, eigentlich. Können wir jetzt auch sein. Ah! Ich hab ne Lebensbrauchzeug nicht mehr in der Falle. Dann nimm. Solange du nicht voll bist, nimm. Ding! Und nur noch. Nur noch? Ecknock! Warte mal, ich hab mich alles eingesammelt hier unten. Ob wir auch sehen, mal den Prank genommen? Wollte ich gar nicht. Mir passieren manchmal Sachen. Das glaubst du nicht. Pass auf, da liegen noch Sachen. Joa, hab ich auch grad gesehen. Soll ich dir noch irgendwas ausleuchten, mach ich? Hm, ne, ne. Okay. Bruder magst du mal ganz gerne. Jaja, der Sound ist Musik in meinen Haaren. Alter, die... Schildkröte. Ich hab da Jump, ey. Ich hab mal die Schildkröte kann das wirklich so, Alter. Wär schon heftig. Ich hab ein bisschen übertrieben wie die lang kommt. Ich hab mal ein paar... 800 Meter in die Hölle. Michael Jordan. Schildkröte. So. Und dann, der macht jetzt seine Sache wieder ab. Können wir auch die Folge wenden? Cool. Geil, ne? Ja, cool. Krasses Ende. Und das war eine weitere Folge. Terraria. Mit 200 toten Hornissen. Ja. Also, haut da rein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.